Ach, dann chillen wir hier halt, oder was? Heyo Leute, willkommen zu einer neuen Folge Blitz Survival Games. Es kam schon ein bisschen länger, keine Folge mehr. Die letzte war mit Nordop, diese hier ist wieder alleine. Natürlich auf dem Hypixel Server und es geht los. Ich hab das Kit Rooker-Dingens da. Rook, Rook, wie auch immer, wie man das ausspricht, ich hab echt keinen Plan. Ähm, jo, wir gucken einfach mal direkt, äh, wohin. Ich kenn die Map nicht, wirklich. Oh, da ist jemand, hi. Du kannst mir gleich mal aus dem Weg gehen, ey. Bitte, geh weg. Ich misch, ich misch einfach zu den anderen. Hallo, hier, ich bin Luke Place. Oh, oh, das hab ich eigentlich einigermaßen professionell gemacht. Ich, 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 Pro. Ach doch, die Map hab ich schon mal gespielt, wa? Äh, aber nicht so wirklich, eigentlich. Kann man das abbauen, kann man das abbauen? Oh, das konnte man noch nie abbauen, ne? Frag ich mich, ach, du Hurensohn. Mann, was will denn der, bitte? Geh weg. Was ist denn du da? Am Weed farmen, ey. Hi, hi, was geht ab? Wo ist der andere Babbo? Ach, da ist er, boah. Geh weg. Okay. Okay, wir haben unsere Kids-Sachen bekommen. Danke. Da ist jetzt das Tierschwert leider kaputt gegangen, aber wir haben ihn. So, jetzt holen wir jetzt auch den da. Okay, den. Hab ich gleich. Nein, nix, Team. Was will ich mit Teams, ey? Nein. Teams sind doof. Niemals. Außer, ja, wie in der Folge mit Nordhop auch erwähnt, äh, für uns YouTuber bleibt manchmal gar keine andere Wahl, als Teams zu machen. Um überhaupt eine gute Runde abzuliefern, leider. Äh, jo. Wir haben hier bessere Sachen bekommen. Potion of Speed. Oh. Hä, lol. Egal. Wir gucken einfach weiter hier die Kisten durch. Nehmen das, was wir brauchen. Yay. Ist hier noch was? Nein, glaub ich nicht. Uah, so. Zeigt unser Kompass denn hin. Zeigt hier hin. Okay. Dann, äh, gehen wir mal den... Oh, da ist eine Kiste. Die ist schon leer. Ah. Erstmal was essen. Und meine Tastatur ist meiner Maus im Weg irgendwie. Jodo. Da ist noch eine Kiste. Vielleicht hat er die noch nicht. Der, der hier war. Oh, da ist jemand mit dem Bogen. Oh, wo ist der? Hier vorne irgendwo, ne? Die wurde schwamm. Wo bist du? Ehrlich, wo bist du? Der hat einen Bogen. Ich will auch einen Bogen. Äh. Da. Von da kommst du. Ach, da oben. Hallöchen, Puppöchen. Danke für die Pfeile übrigens. Äh. Ich frag mich ja, wo du hinschießt, aber... Treffen sieht, glaub ich, anders aus, wa? So. Ja. Komm. Juhu. Das war... Easy. Bogen hat der mehrere gehabt. Der nächste ist irgendwie da vorne. Ich tu schon ein paar Sachen weg. Äh. Der hat ein Steinschwert. Oh, sehr schön. Ähm. Weed hatte der auch genügend hier. Also Weizen. Ja, ich bin ja schon still. Ähm. War da drauf nicht irgendwie eine Craftingbox oder so? Äh, irgendwo war hier eine Craftingbox. Das weh ich. Aber nicht hier, ne? Ne. Sondern da irgendwann im Haus. Weil dann mach ich mir nämlich noch Brot. Der Blitz, der will be released. Okay. Ja, ne? Da kann man sich ja dann irgendein Item aussuchen. So war das, wenn man den hat. Aber ich schaff ihn jetzt noch nicht. Beziehungsweise ich glaube auch nicht irgendwie, dass ich den jemals finden werde. So. YOLO. Gehen wir einfach mal hier weiter. Wir suchen. Ach nee, warte. Wir gehen hier zurück. Da zeigt der schöne Kompass uns ja den Weg. Yeah, yeah, yeah. Und so. Gut, 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 gut. Wo ist der? Da. Da ist einer. Der sieht auch nicht so bewaffnet aus. Oder insgesamt ausgerüstet. Schnell was Phrasen. Und dann würde ich sagen. Ab geht die Post. Wenn ich mal rennen würde. Renn doch. Ey. Oh doch, du siehst bewaffnet aus, aber... Niemand, äh, tötet mich. Boah, haha. So. Ähm. Weiter ausrüsten. Ich bräuchte eine Hose. Also wäre recht praktisch, finde ich. So Hosen, ja. Also ich finde die Hosen ja schon relativ bequem. Ähm. Noch mal so ein Looting-Schwert. Okay. Yo. Wo ist der Nächste? Der ist da. Der Nächste ist da. Da werden wir gleich mal... Äh. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich es vergessen, ey. Ist immer das Geiste, wenn man einen Satz anfängt und dann vergisst, was man sagen will. Ja. Hammergeil. Mhm. Keine Spur einer Hose. Die Hosen, ne? Die sind schon selten. Ja, ja. Aha. Hosen, ey. Seltenes Spiel hier. So. Gehen wir mal da. Wo sind wir? Wo chillt hin, der? Finde ich da oben, oder? Ne. Der Baum schon mal nicht. Aber hier. Es liegt ja wahrscheinlich irgendwo. Lolz. Oh. Da wird zwar... Nein, wo ist der jetzt? Ist ja da unten. Hm. Ah, der ist da unten. Dann bestatten wir doch mal einen Besuch. So. Wenn ich hier irgendwie hochkomme. Oder rein. Oder wie auch immer. Wie kommt man denn hier rein? Hier? Ich glaube ja auch. So, wo bist du? Hier drinne bist du. Warum dauert denn das so lang? Hi. Aber du hast irgendwie so einen Trank genommen. Kann das sein? Aber du kannst mich irgendwie voll nicht schlagen, weil du irgendwie... Weiß nicht, was mit dir los ist. Ey, der hatte eine Hose. Geil. Hosen sind so sexy. Rar. Okay, der hatte wieder sehr viele Sachen, die ich überhaupt nicht haben will. Ähm. Oh Gott, hat der viel Zeug, ey. Aha. Schön. So, jetzt bräuchten wir einen... Warte mal, man kommt hier nicht mehr raus, oder wat? Meint ihr das denn wirklich, oder wat? Boah, ist der Typ scheiße, oder so? Kann man sich hier nicht so... Nee, kann man nicht. Und wie macht man sich denn so einen Weedblock? Wie geht denn das? Das wär's doch, weil man sich den jetzt machen könnte, oder sich hier rausbauen könnte. Ach, dann chillen wir hier halt, oder was? Kann man echt nicht raus? Das ist leicht. Geh. So mal übrigens, so. Keine Anleckung. Wow, geht nicht. Hm, 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 hm. Dann kannst du mal versuchen, wenn das so geht. Ach, nee, so geht das nicht. Oh ja, keine Ahnung, wie es geht. Ich hab mich noch nicht so damit beschäftigt, aber... Ich meine, ist ja eine geile Sache drin. Ähm, was machen wir jetzt hier? Machen wir jetzt hier? Ja, wir können nur warten. Es sind noch vier andere Spieler und, ähm, ich glaub ich, einer muss nur noch sterben, kann das sein? Ach ja, wir chillen unsere Basis und müssen uns hier aus. Ja. Wir haben auf jeden Fall schon ganz gute Chancen. Ich mein, hat ja die ganzen Schwerter. Hab ich jetzt mal nebeneinander. Wohl, das werd ich nicht brauchen. Die werd ich brauchen. Hm, und so. Geh. Hm, ja, dann chillen wir jetzt mal, ja. Weil einer kommt, dann machen wir den Tod. So ungefähr ist mein Plan. Du, leider kann ich jetzt nicht zu entschalten, oder so. Das ist doof. Buh, mach dir echt nicht raus, das ist doch doof. Wer erfindet so einen Mist? Yay. Wer erfindet denn so einen Mist, ey? Hm, der Typ musste da ja reingehen, aber. Egal, wir haben immer getötet. Okay, es geht doch. Läuft doch. Hm, hm, hm. Hier kommen wir nicht raus. Yay, aus meinem Handeln, den Block oder so. Oh, shit, das Spiel, wie viel, yay. Ganz oft. Aber. Die sind dennoch scheiße so wie vor, dass ich gesagt habe, die Sachen nicht weggeschwissen habe. Hm, die haben so neu angeordnet, supi. Yay. 45 Sekunden. Jo. Ach, nur noch drei Spieler. Also zwei zum Ausschluss. Lösch, 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 lösch. Und das gefällt mir doch. Also, ähm, da ist ja gar nicht so schlimm gewesen. Oh, 30 Sekunden. Gut. Ich meine, was soll das hier? Das ist so kacke. Aber, naja, wir machen das Beste draus und gewinnen dennoch das Deathmatch. Ich hoffe, der bleibt mir. Also, so lang. Och, nee. Der bleibt nur so ein paar Sekunden. Fuck. Egal, wir haben noch einen zweiten. Wenn. Naja, doch nicht. Hallo. 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 Oh, Gott. Wie ihr seid im Team. Ihr seid im Team. Ihr seid scheiße. Ist doch doof. Ein Team ist doch doof. Ein Team im Deathmatch ist doof. Ein Team normal ist nicht so. Also, ist schon scheiße, ne? Team normal ist schon scheiße, ne? Aber nicht so scheiße wie ein Team im Deathmatch. Ach ja, Leute. Das war's dann von dieser schönen Blitz Survival Games Runde. Ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen, auch wenn wir jetzt nicht gewonnen haben. Wir wurden immerhin Dritter. Wurden von einem schönen Deathmatch Team ausgelöscht. Aber, ja. So ist das in der Minecraft-Welt, wa? Naja. Gut, wir hatten 5 Kills. Ist... Ist okay. Mein Gott. Naja, man kann nix... Kann man nix mehr machen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Blitz Survival Games oder anderen Videos. Wir sehen uns. Ciao. 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 Outro